Hallo es ist tiefste Nacht hier in dem Zorn die Proben Zorn auch wenn es bei den einen Trecker ist hier an also ein Trecker hier hatten ich habe es auch der blaue Bössberg ja ich habe den nicht angemacht ich habe den echt nicht angemacht ach so, du lässt gerade durchlaufen ja ich habe den echt nicht angemacht kannst du mal sehen fuck, alter ach ja, wir brauchen ich lasse mal nicht durchlaufen weil wir brauchen Penisse ganz viele ach ja genau das heißt wir brauchen einen mit Frontgabel ach übrigens der hier war vielleicht doch gar nicht mal so so eine schlaue Idee wieso? der Heizomat weil er nur irgendwie weil er keine dicken Stämme irgendwie reinkriegt müssen wir mal gucken ob naja da ich wollte sie da runterkicken scheiße wo sind denn die Arme ach die Arme sind jetzt da hinten ne nimm du den weißen nimm mich schneller ach ne wir haben nur eine Palettengabel ne oh man alter ist das anstrengbar ist das anstrengbar so wieso wollen wir Geräteauswahl richtig so ich rufe es jetzt ab das hat richtig Spaß gebracht gestern das war's hier und so ja keine Ahnung warum aber das war echt geil wir sollten aber trotzdem ein Dings holen weil besonders mit der nächsten Ernte ja besonders mit der nächsten Ernte äh mit den Strohballen das wird noch mehr werden ja ja pack mal die Dinger da runter ja ich muss da jetzt mal auf Palettengabel drauf achja die Palettengabel aha hä wo ist denn der blaue der blaue der ist doch hinten der ist an den weißen dran ne nicht dran aber da hinten ist also aber wir haben da keine Palettengabel achja stimmt wir haben nur eine ach komm dann nehme ich den weißt du was ich kauf mal eine Palettengabel ja die ist ja nicht so teuer aber die kann man immer gebrauchen das ist das Ding so welche Farbe soll die haben eine Palettengabel nimm mal weiß noch eine ok eine weiße Palettengabel ja wir haben ja nur eine also wir haben einen weißen äh Stecher genau ok und rutscher aber Luxus da Paletten runter machen ist echt ansteller als wir erst das hier weil da ist der Einstich alter und entsteht das Ding auch noch so behindert im Rasen weiß ich hä ja wer äh ich hab denn da nicht so hingeparkt sicher ja entweder du hast ihn da reingekickt oder er hat sich irgendwie da ähm 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 ist irgendwie so weggepackt das passiert auch gerne mal bei einigen Fahrzeugen dass sie so wegrutschen an der Zeit äh 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 alter scheiße achja kannst man scheiße ich äh du bist vorne übergekippt ne ja ich häng hier aber fest ich kann jetzt machen oh Gott scheiße guck mal alter scheiße ja wir brauchen Gewichte für dich ja dann kauf mal zwei äh Gewichte was für welche äh die neuen auf jeden Fall können wir auch ruhig die ganz schweren nehmen wir haben keine es gibt keine neuen doch nein Mods haben wir nicht hier nein nicht Mods welche sind denn neu was denn welche neu sind ja die Akko Akko ja Akko sind die 2300er oder die 1500er ja die kannst du nämlich auch äh färben dann hol mal einen in gelb oder so oder und einen auf jeden Fall im Weiß ich nehme die 2,0 äh Laton ja so sind beide abholbereit und was machen wir jetzt hier Alter du kannst äh Alter was hab ich gemacht also ich hasse das wirklich das also das hier ist wirklich das kacke weil das ist heute nicht ich komm mal also mit den Paletten komm ich nicht klar mit dem Dingern gestern das ging ja echt super flockig also richtig geil ne aber die Paletten sind super ne die krieg ich nicht also ich krieg die nicht reingestochen das ist ganz komisch ich komm nicht ganz ran also ne du musst schon durch die Löcher stechen ne ja das ist mir schon klar das mach ich ja auch aber dann schubst du doch einfach runter so ja geht nicht der klemmt drauf ich ja ehrlich der ist draufgepackt achso achso ähm ja weil der wahrscheinlich äh noch denkt äh der ist äh fest gezurrt äh mach mal äh die dinge ab boah alter die Spinnquote ey ist ja wahnsinn alter das ist ja also alter so so jetzt sind also jetzt hab ich einmal ran und einmal wieder abgemacht alter also da ging echt gerade gar nichts noch mal ein bisschen was wenn ja jetzt gehts ist das das war wohl echt ein achso alter aber alter ähntchen kannst du mir gefallen tun ja Was denn? Mal kurz in den Lindrack steigen und den blauen Dings mal umfärben. In Weiß. Achso, ja. Äh, Ultima-Bedretty-Server? Was? Was? Achso, du hast, äh, den... Ja. Passiert mir auch manchmal. Oh, ja. Oh, Alter. Oh, ho, 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 ho! Oh, ho, 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 ho! Alter, scheiße! Nice! Und dann doch, guck, achso, du bist schon wieder weg. Dann das, äh, Gewicht dazu. Alter. Nicht schlecht, ehrlich. Ach nee, du brauchst kein, gerade jetzt dem Herr, das Gewicht, ne? Ich brauch... Du hast ja alles runtergeschopst, ne? Nee, ich hab nicht runtergeschopst. Ich hab gestern hier, also den tue ich gerade ordentlich hier hinten stellen. Aber sonst hätte ich dir das, äh, Gewicht nämlich gebracht. Was denkst du, dass ich Harry, der Hirte bin, oder? Ja! Ach so, oh. Alter, sieht das edel aus! Uh! Jetzt musst du aber nur noch sauber gemacht werden. Ah, Tore, wer macht das? Ich glaub, ich schubste das Ding erst aber nicht drunter, aber... Alter, ich muss gleich ja schon... Ich, ich bring mir das Ding gleich... ...dau runtergeschopst. Ich bring mir das mal den... Bist du noch da, ja, ne? Ja. Ich warte ja auf dich. So. Ich... Ich... ...drehe... ... meine Runden. Und das schon... ... seit paar Stunden. Wie weit geht das sicherlich denn schneller. Lalalalalala. 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 Ja. Äh, hatte ich doch schon gesagt, also wieso? Hätten sie ruhig mal auf D machen können für Drive. Ich hab... Und das ist ein... ... günstiger Trecker. Also in... ... in echt. Ja, auch in Spielen natürlich, aber... Übertrieben, Mann. Warte, das ist den ich in Großdieb, weißt du? Das wär geil. So in der Größe so 250, 280, 300 PS, weißt du? So in der Größe, das wär der Hammer. Ja, das wär... Ach ja, bald kommt ja endlich die nach Blinken aufhören... ... jetzt seit hier... ... nach... ... aufhören Mob... ... äh, Morty. Jaaaa... ... wenn das auch wirklich schon funktioniert. Ich denke schon. Alter, heftig, echt. Wollen wir mal, wo soll ich hin? Wo wird das abgeliefert? Ja, hier... ... hier... ... hier... ... hier so wird das ja halt äh... ... äh... ... packt ihn einfach äh... ... direkt da ähm... ... äh... ... bei den... ... hier... ... bei den Betenden. Nee, es ist so dicht. Ja? Ja, bei den Betenden. Bei der Beete. Beete, beete, beee! Genau so. Mach ich mal durch. Alter... Ups. Ach, du stehst im Weg, Alter. So, ich muss gleich mal die Gabel... ... wie heißt das hier umfärben? Huch! Hm... Alter... Ne, 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 ne... ... komplett weiß lasse ich den. Ja, auf jeden Fall. Die Felgen noch weiß? Ne, die bleiben schwarz. So. Der ist schön. Oh. Ups. Haha, statt zu Bremsen ist einfach mal ausgestiegen. Ich 1970... Hahaha! Äh, äh ... Oooo... Äh, äh!! Ähm... ich hab hier voll die... ...sie91*** hier. Der gelbe Valtra. Ja, ob das so wirklich einfach ist. Oh, vor allem, das wird jetzt lustig. Ja, jetzt habe ich auch gelbe Felgen, Alter. Ja, viel Spaß. Was denn? Ach, ich muss einfach mal anfangen. Toll. Alter hier, aber ich lege jetzt nicht aus wie so ein Wagen von Bob, der Baumeister, Alter. Ja, stimmt. Scheiße. So, warte. Hammer, Paletten. Ja, Alter, wir brauchen Flüssigdünger, brauchen wir für den auch, ne? Ja, das Ding ist, wir können nicht so viel tragen, weil die tatsächlich sauschwer sind. Also wie viel soll ich bauen? Ja, sagen wir mal vier. Ja, das ist schon teuer, ne? Das sind 10.000. Dann brauchen wir... Saatgut auch nochmal sechsmal? Ja. Wie viel von den Mineraltungen haben wir eigentlich noch? Weiß ich nicht. Weil für Sonnenblumen brauchen wir auch, aber ich denke mal, das wird reichen. So. Ja. Mehr nicht? 2, 4, 6. Ja, das ist doch sechs, das reicht halt. Nee. Alter. Ohne Nummer sechs. Was? Ja. So, um die Wassertanks kümmere ich mich, weil ich die hochschlappen will. Alter, was ist denn los? Das sieht ja mal geil aus hier. Alter, die Wassertanks passen sogar zu meinen Trecker. Äh, Wassertanks. Oh no, Alter. Ja. Oh, das wird echt ansteig. Ich hasse es wirklich. Also das ist... Mit der Spieße ist alles geil gewesen. Aber da... Ist genau das gleiche. Ja, ich weiß nicht. Aber mit dem... Du musst nur einfach nur halt, äh, auf dem Boden halten. Die Gabel. Okay, dann passt es hier durch. Oh, Alter. Geil. Man passt genau hier durch. Ja, wie soll ich die da ganz am Ende hinkriegen, ne? Da ist doch dieses Teil hindurch. Hä? Nee, das kannst du ruhig. Ja? Die gehen durch. Ach so, okay. So. Oh, 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 oh. Alter, der Lint-Trek ist so geil. Ich hab gedacht, ich hab... Ja, Alter. Toll, wie kriegen wir sie jetzt wieder rum? Musst du versuchen mit der Gabel, äh, mit der... Ja, mit der Gabel. Irgendwie rum ist sie drin. Äh, Mann, ich verwechsel das immer. Alter. Hohoho. Hofi-Umdreh, Alter. Ja. Oh, nein, nein, nein. Och, Mann. Fuck. Alter, heute Post, ey. Heute Morgen schon. Okay. Ah, nein, das wird zu viel. Echt heftig. Und dabei ist es hier drin echt super warm. Also wenn draußen Frost, äh, eigentlich wär, dann wär's hier drin recht kühl. Aber es ist überhaupt gar nicht so. Also wie gesagt, wir mussten heute Morgen kratzen. Hammerhart. Ja, echt hammerhart, Alter. Ist, wie heißt das hier? Und, äh, der Kratzer kaputt gegangen. Ja, Alter, apropos kaputt gegangen. Ich hab, äh, äh, heute Morgen gedacht, alter Schwede. Ja gut, ist es morgens, aber, ne? Äh, äh, alter Schwede. Mein, äh, Mikrofon ist kaputt. Hab ich gedacht. Okay, wieso? Ich hab, ähm, äh, zwei Folgen Singleplayer aufgenommen. Ich wollte halt noch weiter aufnehmen. Ja. Konnte ich aber nicht mehr, weil mein, äh, Mikrofon nicht mehr... Also, es funktioniert ja nicht mehr. Okay, und was war's? Ähm, irgendwie hat Windows, äh, Probleme gemacht. Ähm, zum Glück war es nicht kaputt. Also, Windows hat irgendwie mein Mikrofon komplett ausgestellt. Also nicht mehr erkannt und so weiter. Okay. Echtig. Ähm. Ich weiß aber nicht, ob ich DEC übereinander stapeln kann, alter. Das freut sich nicht, ob ich das kann. Ja. Hab ich mir gedacht, oh Gott, äh, heute kein Stream, heute kein, äh, kein, äh, also kein, äh, Let's Play mehr machen können. Aber das wär bitter gewesen. Das wär wirklich bitter gewesen. Besonders, weil ich ja auch gerade, äh, 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 für ein neues, äh, Mikrofon spar. Ja. Das wär dann halt richtig blöd gewesen, wenn ich mir dann noch wieder so ein Billigteil holen muss, müsste. Ja. Hier, siehst du, das ist so eins, krieg ich, krieg ich nicht vom Dach, ich weiß nicht. So war das. Ja, musst du, ja, musst du. Ja, 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 ja. Ja, auch. Ist natürlich jetzt passiert, dass du da jetzt auf die andere Seite musst, um das zu stapeln, aber naja. Ja, aber das wollte ich, äh, ich mach das gleich. Ich bin ja auch bald fertig, ich bin da und dann kann's ja auch helfen. Ja, ja. Den, den hinteren kann ich ja dann übernehmen. Kein Problem. Jetzt wird's nur halt hier sehr interessant, weil die sind nicht fürs Übereinander stapeln gedacht. Okay. Da muss ich extrem genau... Nein. Nein. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Nicht anstupsen. So, und jetzt schnell. Er und er. Ja, die rutschen eigentlich, nehme ich, äh, normalerweise runter. Okay. Das ist halt das Blöd an den Dingern. Die Kleinen sind zum Übereinander stapeln gedacht. Ja, ja. Das ist, äh, kein Problem. Nein. Ja, mach mal vielleicht gleich echt als erstes da den auf der anderen Seite, dann können wir nämlich gleich da schon fest suchen, weißt du. Ja, ja. schiffen, 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 schiffen. Was der? alter, der geht dann ganz schön hoch. Holy shit alter. Oh, alter. Boah, das ist am Wackeln. Alter, was erwartest du? Boah. Was glaubst du gar nicht? Wir haben nämlich Gabelschabler-Schein. Wir haben ein bisschen Erfahrung damit. Achso, den eigentlichen... Ja doch, du hast den ja auch. Alter, ich hab den ohne einen einzigen Fehler geschafft. In der Theorie und ohne Prüfung. Also Theorie und Praxis. Ja, ich glaube, ich hab nur einen Fehler gemacht gehabt. Und das war, glaube ich... Oh, was war das? In der Theorie hast du noch einen Fehler gemacht, ne? Ja. Das war irgendeine ganz dumme Sache. Das ist auch nicht mehr. Ich glaube, weil ich einmal nicht rumgeguckt habe. Oder nie, eigentlich einmal gehoopt. Ich hab einmal vergessen. Ja, genau. Nee, Theorie war ich komplett richtig, aber... Ja, war ich ja auch. Ich war überall ohne Fehler. Flup. So. Alter, ist der perfekte Trecker. Boah. Na. Zu hoch. Na, zu hoch. Ey. Okay. Wee. 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 Na? Achso, haha, ich schwebe hier in der Luft. Oh man. Perfekt! Die Kamera ist echt weit. Ja, die Kamera ist manchmal echt scheiße hier. Ja, weil die Dinger jetzt... Boah, puh. Alter! Boah, hilf ich! Ich werde hier durch die Gegend gezogen. So. Halleluja, Juli. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Latsch. Ah! Ja! Wie sollten wir damit mal aufhören, wenn wir zwei Master sein können? Voll, volle Let's Play, so lauter. Du bist so ein Bastard manchmal. Ähm. Diese Master sei alles ohne Licht. Ähm. 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 Kann sein, dass ich mich gleich mal mut... muten muss. Was? Was hat dir immer gefühlt? Nee. Ähm. Da haben wir mal angerufen, oder was? Ja. Nein. So. Ähm. Hast du Darmflatorenz? Nee, äh... Feuermelder hat sich gerade irgendwie... Nein, Feuermelder hat sich gerade irgendwie... Dein Feuermelder hat sich gerade... Nein, nein, nein. Nicht meinen der... Draussen. Ah, wieder? Okay. Deswegen bin ich gerade ein bisschen... hinhorfen. Will man den eigentlich? Ich hab nur einmal kurz was schieben gehört, aber sonst nichts, ne? Na, was ist der? Nur kurz, also ich höre nicht durchgängig. Alter, wir lassen das aber gleich drauf auf den Scheiß-Transporter, also auf den Ding, weil das ist, also gleich werden nochmal alles wieder ab, das wird anstrengend. Oh, lass ich auch mal. Oh, hast du den Forever Alone schon mitgenommen? Der Arme. Der Arme war dafür, der Vorhin Forever Alone. Im Prinzip könntest du nochmal vier holen, aber komm. Nee, Alter, das sind jetzt echt mal. Was? Wann los? War einen ganz kleinen Ticken, nur echt ein Millimeter zu weit oben. Deswegen hat er den mitgezogen, anstatt wie er sagt, nee, ich will fahren, ich will fahren. Na gut. Ich will aber nochmal kurz was gucken. Allerweise? Ja, geht. Oh, sieht aber ein bisschen komisch aus. Kann man? Ah ja. So. Warte. Ja, musst du das, ähm, Gewicht sinken dann. Echt? Achso, okay, warte mal. Ähm. Geil. Äh, wo kann ich? Ach, da. V. Warte mal kurz. Ja, warte mal kurz. So, ja, mach erstmal, drück mal zweimal L. Ja, ja, warte, 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 warte. Nee, das kannst du auch so machen. Alter, ich bin... Ich bin jetzt hier gerade voll durcheinander, weil ich hier gerade... Und wie soll ich das so machen? Ähm, G war das. Äh, und dann so. Na, R drücken. Ach da. Rangehen und R drücken. Alter! Hm? Ja. Wie einfach so ein Spanngurte da erscheinen. Obwohl du so ein, äh, Tiger sitzt. Serienmäßig. Naja, aber das, äh, abladen werden wir erst in der nächsten Folge machen. Äh, das abladen, abfahren. Abfahren, gut. Also, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.